und was was schönes gekriegt ich mache jetzt auf ich bekomme ich bekomme ich bekomme nur scheiße siehst du ich bekomme nur scheiße den centio ernsthaft das wird mir nicht mal lackiert auch man das ist halt mal den tausch und tatsache gegen den centio animus und centio 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 achte es roh das mit 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 liebe ruhe wenn diese eine zählte ist wie häufig du in der verteidigung abwärts muss ich den dann tun ich spiele ich kann es ja mal austesten okay ich muss den mann nicht alles nicht sagen ja ist ja traurig den centio hast du gekriegt ja bei dem mache ich aber das dach anders warte wie oft man den kriegt war der centio du hast ihn ja auch schon zweimal ich habe ihn dir doch gegeben ja ne den animus habe ich dir gegeben ja stimmt genau den genau den den centio hast du ja nur zwei einmal bekommen ne doch ne oder ne animus habe ich zweimal ich wusste gar nicht dass ich keine schlüssel mehr hatte mach Bescheid wenn du steht fahr ich mir wieder meinen mein 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 goldfisch wieder spazieren und du dein würmchen ja suche läuft dauert aber diesmal lange eigentlich sollte ich diese kiste gar nicht mehr aufmachen möchte wirklich das meiste schon haben man hofft ja auf was lackiert ist ja oder halt auch auf ja geil kriege ich jetzt eine kiste das wäre so fies stell mal vor ich hätte jetzt eine gekriegt ne die haben gewonnen ja ja ein glück stand ich nicht da der wir sonst an meinem heck abgeprallt und ein tor weiß ja ich habe die parade bekommt oft gehabt den scheiß wo alt wo hat sie jeder alter sorry da hat er wirklich gerade jeder sein pümpel dran nur ich hatte keinen pümpel glaube ich alter oh gott jetzt lasst uns mal hier rauskriegen aus unserer zone schuldigung ich wurde ich wurde gekickt also weggekickt das war jetzt ist es besser so ja nicht gut das war zu stark ach man wo ist unser teamkollegen? ach da ich dachte der lebt gar nicht mehr ja er lebt noch nein ach shit das ist ein scheiß eispimmler wow hahaha wow ich hatte gar nicht die anzeige gehabt dass ich in reichwarte war ja habe ich auch manchmal schon gehabt traurig alter du warst genau neben dem ball ja haha 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 for the bad scheiße für zu mein weg ist so eh nicht oh gott was war da wo gott da hat eine stacheln der john hat stacheln vorsicht oh aber den kriegt er nicht mehr oh alter sommer oh 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 NEIN das glaube ich nicht alter du wichser ja und ich habe nicht mal eine vorlage hingekriegt da wut ja weil dir noch eine angefroren hat ja das war unser teamkollegen ja vorlage von ihm ja ja alter dann habe ich dir den ja gar nicht geklaut sondern er hihihi ne üble nummer alter ich krieg nicht mal ne vorlage alter also sowas ist doch schon äh also bann aaaah ja bann gut definitiv alter das finde ich sich schon boah alter aber locker im bann werde oh kann man machen wenn man einen kennt achtooo oh boah ui wenn da steht teammitglieder aber nicht wenn irgendein hohensohn da wäre es da was machte oh 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 um 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 oh 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 postenlade ich nehm die alle durch was macht denn der idiot ich weiß das auch nicht alter mann hihihi 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 hast du hast du hast du komm 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 ja 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 sauber oh alter ich hab das ich hab das gerade erst gekriegt gehabt hihihi 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 you mad bro hihihi 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 Komisch eingefroren aber Was ist das für ein Arsch What the fuck Was für eine Missgeburt Entschuldigung aber das war nun wirklich eindeutig Das war ja nun wirklich eindeutig absichtlich Alter das Was das war das mein Tor What the fuck war das denn alter Der stand im Tor und hat für den Tor gespielt Und ich glaube das wäre auch dein Tor gewesen Ne deins wäre das gewesen Ja Aber jetzt hat er dir eins geklaut und mir eins Also den will ich nicht nochmal als Kollegen haben Nein Oh schon wieder der Kollege oder was Ja Schön angefroren Oh alter Die haben mir Turbo verpasst Alter die kriegen es aber nicht hin Siehst du das Das ist ja der Wahnsinn Oh alter echt Ja der geht nicht rein Aber jetzt habe ich auch wieder satten Boxhandschuh gemacht Alter damit ich den zur Seite kick Oh und so ne Oh Gott hä wie habe ich den denn nach hinten geschossen Nein Nein Äh 3-0 bitch Oh ist das eklig Zu viel Staub in der Fresse gab ich Oh ne die krieg ich nicht gefunden Alter Was Oh Hast du wieder deine Hosen geschissen Oh alter warte ich muss mal fühlen Ne Alter Ist das Wie Halleluja Ist das eklig Ich muss mal fühlen Alter Oh Oh Ist so widerlich Alter der war bitter Oh Ich muss mal fühlen Ja ist doch wahr Oh alter Boah der schwebt in der Luft Alter Ich kann gerade keine Johannisbeere saufen Hast du meinen Duft in der Nase hören Ja ist das widerlich Ich muss mal fühlen Ja wie willst du das sonst rauskriegen Oh ich glaube da ist Land mitgekommen Ja so ähnlich Ist die Hose nass oder nicht Das ist doch noch Sprühkacke oder was Oh Welcher du Sack Oh der ist schön der ist schön Alter Alter Nein dieser Scheiß Wind Alter das war mein Torschuss geil Ja ja wegen dem Wind Das ist fast ein Eigentor gemacht der Typ Du alter Ruckel Alter Glanzparade Oh alter Da kommt gleich noch so einer Den ich nicht einschätzen kann Oh alter Bist du das Wahnsinns Oh schade dass ich nicht da Schade dass ich nicht da gewesen bin Ohrrat Ich hab fast Ja das ist ja John Der hat vorhin auch schon Eigentor gemacht Ey Ich wollte ihn gerade auch Ja wie du mir So ich dir Aber den habe ich auch schon wieder gut hingedreht Ja sauber Boah Mega Wollte ihn aufs Dach Tropfen lassen Tja Kam aber nur Land Alter wie habe ich den denn bitte schon als erstes gekriegt Ey Ich habe sogar extra vorher noch eine Kurve gefahren damit ich den mal nicht kriege Das ist Boah 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 alter Das ist eigentlich ständig dieses Boah alter Boah what the fuck Wie du den Ball Hast du das Glück dass ich nicht noch ein Magnet hatte Sonst hätte ich das doch leider bekommen Wie du den John dem Ball da wieder geklaut hast Wieder direkt vor der Nase weggeschnappt Ja muss alter Ehrlich Hähnchen Geh doch Fahr doch ran Na ich wollte gucken wie die den kriegen Weil da waren drei Leute Ja die hatten ihrillions Ja die hatten den aber Wenn du sie hundertprozentig als erstes bekriegt Hu jetzt muss ich Jetzt muss ich mich spulen Jetzt muss ich mich spulen Boah Oah ich diuod das war ja wirklich eiskalt sauber von mir Hähnchen Das war dämlich Schwσ Yeah Schoko kill Hunter Hähnchen was für ein behinderter name was meinst du denn mit deinem namen ja und ich stehe wenigstens dazu ich auch zu sein haben wer schon hähnchen heißt mag er sie gehen würde hähnchen du bist und bleibst ein hähnchen la flame Alter, wie ich da gesprungen bin. Der ist auch nur deswegen reingegangen. Schade. Ich will dich jedes Mal wieder nach oben katapultieren. Ja, das war echt ne Nummer. Äh, John? John Cena, oder was? Alter. Oh, Alter. Schießt er mir den Ball hinterher. Du hast den Ball vergessen. Oh, schade. Hätte ich den noch verlängert. Genau, in der Sekunde auch einen Turbo. Oh, Mann. Boah. Da ist er wieder. Der Wölbelsturm des Todes. Oh, Mann. Alter. Alter, was macht denn Yon oder Eizel? Das gibt's doch heute. Loop-Zeit. Ah. Oh, scheiße. Das war mein Arzt. Sorry. Oh, was? Ach. Ich hatte auch einen Arzt. Nein. Ich hab kein Turbo gehabt. Das war mein Arzt. Halt mit dir. Alter. Oh, was? Hallo. Ey! Hab ich dir den von der Liste weggehauen, Alter. Ja. Ah. Scheiße. Manchmal lieb ich den Magneten. Schade. Oh, Alter. Toll. Ball nicht getroffen, aber irgendein Spinner, weißt du? Ein unbewegtes Objekt nicht getroffen, aber einen fliegenden Spieler getroffen, weißt du? Scheiße. Boah, Alter. Der kann mal richtig. Ihr beide seid da. Weil er genau auf der Kante angekommen ist, ey. Geil, wieder eine Parade. Wieder was Schönes für mein Auto. Oh, Alter. Komm, komm, komm. Oh. Meine Pumpe. Und ich hab den Turmat rausgeteleportet. What the fuck? Ist heute wieder harten Lug-Tag, ne? Alter Schwede. Ja. Profi. Semi-Profi. Und heute ist Tag des Hakens. Ich will kein Haken. Ich ballkattier das. No, ich sag das. Was? Na, Joe, nur du Hurensohn, Alter. Na, komm, mit dem will ich so und so nicht spielen. Lass abhauen. Okay.